Hi, mein Name ist Roland Kamchir, ich bin Welt- und Europameister in Amdrücken aus Bremen und mein Kopf sieht so aus. Ich bin Welt- und Europameister, ich bin Welt- und Europameister, ich bin Welt- und Europameister. Ich bin Welt- und Europameister, ich bin Welt- und Europameister. Mein Ziel für dieses Jahr, meinen Weltmeistertitel im September in Malaysia zu verteidigen. Und ich bin mir sicher, ich schaffe das mit eurer Hilfe, für Team Deutschland und für mich persönlich.